Hallo erstmal, wir sind die Gruppe Instant Mail und wir stellen jetzt unser Projekt vor. Wir, beziehungsweise ich, bin sehr faul und ich mag es nicht, gerne Treppen zu laufen. Und leider wohne ich im dritten Stock und das heißt, ich muss, wenn ich meine Post holen will, immer runterlaufen, schauen, oh ist Post da, nein ist es nicht, jetzt bin ich umsonst runtergelaufen. Und dann müsste ich wieder hochlaufen und können wir den Weg eigentlich sparen. Deswegen haben wir einen intelligenten Briefkasten entwickelt. Das Funktionsprinzip unseres Briefkastes ist praktisch folgendes, dass wenn man einen Brief im Briefkasten drin hat, dass praktisch eine Lichtschranke geschlossen wird und man praktisch direkt auf sein Smartphone übers WLAN eine Nachricht bekommt, dass jetzt in seinem Briefkasten praktisch Post drin ist. Das Ganze haben wir praktisch in diese kleine Box integriert, damit das einfach für jeden anwendbar ist und man das Ganze einfach kurz in den Briefkasten reinschieben kann, wie Sie hier gerade auch sehen und nicht lange den ganzen Briefkasten verkabeln muss oder sowas. Das Ganze, da ist eine Lichtschranke eingebaut und wir haben eine App gebaut dafür, die ja jeder einfach so sein Handy installieren kann. und wenn man dann den Brief einwirft... Dadurch wollten wir einfach unseren Alltag erleichtern, weil wir ja nicht mehr so viele Briefe bekommen und da wir faul sind. Dankeschön. Vielen Dank.